Herzstück einer jeden Ernstmaschine ist die hochflexible Schleifwalze. Diese Technologie ermöglicht Ihnen höhere Vorschubgeschwindigkeiten, niedrigere Betriebskosten, eine deutlich bessere Qualität und die Möglichkeit, alle Teile auf einer einzigen Maschine zu bearbeiten. Denn die Ernstschleifwalze kann bei höheren Vorschubgeschwindigkeiten deutlich stärkere Grate entfernen und verbraucht dabei viel weniger Schleifmittel und elektrische Energie. Die Oberfläche wird hierbei kaum angegriffen. Wie funktioniert das? Der weiche Belag der Schleifwalze führt dazu, dass sich das Schleifmittel über den Kanten und Durchbrüchen des Werkstücks ausdehnt und dort mit einer deutlich höheren Zerspanungsleistung arbeitet. Auf der Oberfläche hingegen macht sich der weiche Belag dadurch bemerkbar, dass nur wenig Druck auf das Schleifmittel ausgeübt wird und somit fast kein Materialabtrag entsteht. Das System stellt gleichzeitig sicher, dass sich kein Sekundärgrad bildet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017